So, hallo meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu einer neuen Aufnahme von Gary's Mod, wie ihr vielleicht seht, mit ein paar Kollegen, die ich auf dem TS habe. Und da sehen wir uns dann sofort wieder. Ich mach mich kurz entmuten und alles. Und dann geht das auch schon los. So, stellt euch mal vor, Leute. Hi. Guten Tag. Ich bin der Baba. Ich bin der Mikro LB. Ich bin der Botzer. Kommt mal alle hier hoch zum Haus und dann stellt euch mal nebeneinander auf. Vielleicht kommt die Jallerbombe. Und alle bitte grobe an der Hand nehmen, nicht, dass ich tot bin. Komm mal, ich komm mal, ich komm mal. Oder halt genau. Komm, holzt du halt. Ist auch gut. Ich schmiss deine Felder und sind die gleich mit die Hattbombe. Eh, das... Das könnt ihr danach gerne machen, aber... Wer fehlt denn noch? Oh, Nikro wieder mal. Nikro, der alte Schweizer. Ja, Nikro, wie immer. Ist immer der Letzte. Immer diese Schwichtsa. Lass ihn propkeln. Nein, tut's propkeln's keinen. Okay. Du bist auch hinten. Achso. Los, Nikro. Du schaffst das. So, und jetzt stellt euch nebeneinander auf. Kommt neben mich. Ja, wir sitzen dann dafür. Ja, so. Schön. So. Ja. Seid ihr bereit? Dann stellt euch mal vor. Du als erstes. Ich? Genau. Bin du. Genau du, Baba. Bin der Honor von dem Server. Äh, dir. Gut. Jetzt Dracheneis. Bin der Dracheneis. Ja. Das wär's von meiner Seite. Ja, er spielt noch nicht so lange, ne? Spiel's noch nicht so lange, genau. So, da ist der Botza und da ist Nikro, der Schwiezer von uns. Beziehungsweise auch Dracheneis. Ich bin der Botza. So, jetzt können wir wieder auf die Spiele und ich hau ab. Wo ist so gleich die Allerbombe? Ja, genau deswegen. Okay, Baba. Trater. Jesus. Na du? Nee. Welcher Baba? Baba Baza oder? Der, der, der Franke. Was ist jetzt Baba? Der Botza, glaube ich. Also, ich hab nix gemacht. Na ja doch, du bist der Ansatz, der klickt. Der was? Der klickt und jetzt sind alle anderen ruhig. Ist ja sehr merkwürdig. Trauen sie sich nicht ins Internet, ja? Genau, die haben Angst vor deinen Zuschauern. Ja, die haben Angst vor meinen Zuschauern. Von meinen 30 Millionen hier. Oh, oh, shit, shit, shit. Boom. Boom. Nein. Doch. Aha, Simon. Tja, hat wohl nicht so ganz geklappt, nee. Ja, ich hab nen Mell-Launch, ja, weil ich hab mir das vorher gekauft, bevor er gesagt hat, dass die alle zum Haus kommen. Na, ist mir schon klar gewesen, dass du das weißt. Ja, ja, ja. Das konnte, das konntest nur du gewesen sein, weißt du? Ich bin Simon. Ja. Nicht immer andere Beschuldigungen. Genau. Ich seh meinen Namen. What the fuck? Nee. So. Guck mal, das ging genauer an. So, um nochmal so zu sagen, wir nehmen die kompletten zwölf Runden auf, die es gibt. Oder es gibt wahrscheinlich sogar mehr, das weiß ich gar nicht. Und ja, so, Schlussgangs muss von mir noch. So. Alter. Ja, Botzer ist hier der Propkill auf dem Server. Ja, das auf jeden Fall. Digga, ne? Ab jetzt die Familie. Nico, ich sag's dir. Ich beobachte dich. Ja, genau im Blick. Und Baba, ich beobachte dich auch. Oh, scheiße. Du bist ein Baba. Ich bin kein Traitor. Okay, jetzt. Ich bin hier oben beim Haus. Genau, ich bin Traitor. Ich bin drei Tore. Ich bin ein, drei Tore. Ja, weil bei ADM ganz logisch. Botzer. Das andere kann er gar nicht. Botzer? Wieso? Ich geh wieder mit dem Minecraft rum. Achso. Und dann ist das natürlich gleich, ne? Ich weiß, wie ich mich als nächstes nenne. Ja, wer ist das? Alter, Mikro. Noll. Natürlich. Ich guck's. Okay. Und? Äh. Scheiße. Oh, da ist jemand gef... Okay, ein Lachen Eis kann es nicht sein. Das war, glaube ich, glaube ich... Ja, Botzer ist es. Er lacht schon so reudig. So, dann komm mal her. Ne, da ist er nicht. Lol. Lol. Mama. Hänen, Botzer liegt auf dem Baum. Oh, Mann. Nee. Ja. Ja. Labiton oder trocken eins. Labiton lebt ich noch? Ja, richtig. Warte, wenn er nicht lebt, dann musst du es sein. Oder du. Da, Labiton. Nein, okay, ich... Ja, ja, ja. Warst du hinter mir, ja? Tja. Darfst du mir mit dem Korb und Rechnen? Nein, da habe ich tatsächlich nicht mit dir gerechnet. Tja, aber wenigstens habe ich Niko ruhig gemacht, ja. Der Schweizer. Der Schweizer. Der Schweizer. Ach, ich habe zwei gekillt, ja? Ach, nee, du hast ja, äh, du hast ja, äh, Diko getötet, nicht? Achso, ja. Ja. Stimmt, ja. Niko, bist du da? Niko. Oh, jetzt ist er beleidigt. Nein, er ist nicht da. Er tut nur so. Er ist beleidigt. Der denkt, der wäre immer noch gut. Ja, Mann. Na, aber bitte nicht so über Schweizer reden. Die sind nicht immer dumm. Ich habe gesagt, tot. Nicht dumm. Naja. Weil er das denkt. Und somit ist er dumm. Recht, Sau. Er tut nur so. Alter, geh... Er tut nur so, als er dumm wäre. Der Airprop killt mich schon wieder. Ich hätte dich einfach schon dreimal bannen müssen, ne? Ich habe Pushtolk leider drin. Alles super. Du Pushtolk wie, oder so. Ich habe sie eben auf mittlere Maustaste. Mach das auf dich. Ja, das kann, das kann blöd sein, ne? Mach das auf dich. Vor allem als Traitor ist das ziemlich blöd, ne? Ja, genau. Ah, wenn ich... Wo bleibt der Dschihad? Ja, habe ich dir liegen lassen. Gib mir mal eine Traitor-Waffe. Okay. Au. Ui, ich so will. Oh, scheiße. Jetzt, jetzt kriege ich wieder Dislikes gegen Rdm. Geschick dir recht. Ja. Du hast mich geheimt, Botzer. Genau. Du hast jetzt so einen Rdm-Kanal auf. Ich mache einen Rdm-Kanal auf. Also, Botzer ist es bestimmt. So, ich habe es mir hier nochmal. Botzer hält mich wieder. Wer ist es? Ich mache jetzt. Ich weiß nicht, es könnte Botzer sein. Er hat mich auf 80 runtergemacht. Du hast mich auf 60. Ach, ich habe dich... Oh, dann tut es mir leid. Dann mach mich nochmal, dann heu mich nochmal. Ich weiß nicht, aber ich habe tatsächlich so ein Gefühl, das ist eventuell doch schon der Gute. Ist es Nikro? Nikro. Es ist Nikro. Es ist der AWP da oben. Nikro. Nikro. Nikro ist noch auf dem Camp, hat er. Nikro. Nikro ist noch auf dem Camp, hat er? Nee. Der brennt gerade. Der brennt gerade. Er lebt alles noch. Er lebt alles noch. Loll. Hahaha. Nikro, nicht so laut, bitte. Dankeschön. Schnell die Leitung. Du musst immer ganz leise sein. Round over. Baba, ich übertreib es anfangs nicht. Flüstern braucht ihr auch nicht. Okay, du hast ihn gemacht. Das macht es so geil. Hast du seinen speziellen Namen für den Minecraft? Nein, Digger, Botzer, Alter. Ich kenne dich gleich. Botzer. Botzer. Oh, wer ist denn der Lava gespawnt? Nikro. Also ich nicht. Ich bin oberhalb gespawnt. Alter, jetzt reicht es mir. Nee, 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 nee. Einer wird von euch sterben. Hier, Baba ist Traitor. Baba ist Traitor. Ich bin Detektik. Zum zweiten Mal. Ja, das kann wahrscheinlich möglich sein. Nein, das ist ja gar nicht möglich. Der riecht so dran. Und der versucht zu proppeln. Oh, ich bin gefallen, Alter. Oh, das war aber ganz schön knapp. Oh, das ist dein Ernst. Was machen wir? Wenn das brandt ist, okay. Einmal schlagen bist du weg. Na, ist schon mehr gestorben, ja. Ich steige zurück. Alter, du bist ja schon... Alter. Oh, sorry. Warum hast du mich denn er... Alter, ehrlich. Nein, warum? Hallo? Hm. So, hier bin ich sicher. Hier findet mich niemand. Ja. Oh, er schießt auf mich. Mikro, weshalb schießt du auf mich von da oben? Weil du es bist. Nein. Ich habe dich gesehen. Lass mich, du hast dich gerade vorhin alle beiden getötet. Ich habe dich gesehen, äh, Simon. Hm? Ich habe dich nicht gesehen. Oh, tja. Labi. Ich weiß. Richtig, das war ich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich war ich. Ich war der böse Junge. 890 Kamerwagen, das? Oh, ja, frag dich mal, wo? Und Mikro ist natürlich wieder erster. Das ist logisch. Das ist logisch. Das ist logisch. Nein, Digga, ich will, ich kick dich. Digga, Alter, nein, Junge. Hier wird niemand gekickt. Hier werden nur dumme Leute gekickt, wie ich. In the clearing. Richtig. Ja, solange du das weißt, ist es ja alles super, ne? Oh nein. Der Goldblock, ich habe den Goldblock. Ich meine, mein Gott wird kommen. Hä, wie überlebst du sonst? Äh, stärker dran. Äh, stärker dran. Richtig. So, alle kommt mal hier. Schöne rein, ne? Nach und nach, nacheinander. Na, zum Trader-Test, ja. Komma, jeder zum Trader-Test. Heiß. Aber denk dran, ich habe die Pamschock zusammen. Nach und nacheinander, Drachen, weißt du zuerst. Jeder muss drinbleiben. Du bist gar kein Detektiv, warum soll ich oft hören? Wunderschön. Aber denk dran. Nee, du gehst jetzt raus, Botzer, raus, Botzer. Von Mikro steht er vor. Mich hat er trotzdem noch. Fall. Ja. Durchs Fenster hat er mich durchgeschleudert, ja. Tja. Man sollte einfach immer Mikro toten. Ja. Oder Botzer. Au. Und Mikro, jetzt bist du wo, der Camper, ne? Scheiße, keine Musik. Ich brenne in der Lava. Aber ich habe es überlegt. Du brennst in der Lava. Na, dann ist doch von euch schön. Aber ich überlieb's. Ich möchte PropKel in 15 Sekunden. Digga. Ach, nice. Ist das dein Ernst? Ich habe mich selber gepackt. Oh lol. Ich hab noch ein... Hallo, so muss es doch sein. Mann, ihr magt mich schon. So, ich bin Traitor. Feier verschobt. Du, you want it. Kommt an in den Traitor-Tester. Lecker, die hat man sie so bei mir. Hab Angst. Geh weg. Simon mit seinem Minecraft. Ich glaube, Simon ist es nicht. Weil du dein Minecraft hast. Mein Minecraft wird immer noch weiter. So, jetzt bist du es nicht mehr. Jetzt bist du im Ofen. So läuft das also bei euch. So läuft das bei mir. Nicht bei euch. Nico. Nico. Alter. Okay, Nico. Nico war's. Dracheneis ist still. Lol. Auf dem Turm, auf dem Turm. Nico, Nico, Nico. Der wird einfach vor mir gesnipht. Da liegt Dracheneis. Lavi-Ton, ich will zu deiner Leiche, aber ich kann nicht. Was hast du? Der ist im Turm. Ich bin tot. Ja, ach nie. Ich hab doch gesagt, der ist im Turm. Komm schon. Ich verspreche dir Lavi-Ton. Nico ist ganz schlecht, dass du, äh, dass man deinen Sound hört. Lavi-Ton, ich schenke dir ein besseres Leben, okay? Hier. Mach das. Hier. Wo denn? Da. Lass es dir gut gehen. Ich mach noch einen Dreiter drücken. Auf einer Kiste. Wunderschön. Ja, da. Ja. Aber wen haben wir denn da? Meine Seele fliegt aber immer noch herum. Mikro, man hört immer noch alles. Mann, ey. Immer diese Schweizer. Toll ich? Immer diese Schweizer, ja. Wo ist denn der Gauner? Geht doch nicht mehr. Nee, du, du, da steht doch was. What the fuck? Wo ist denn? Loll. Au. Tja. 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 Zwei. Guck, 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 guck. Schade, schade, schade. Da haben die Traitorin doch gewonnen. Beziehungsweise der Traitorin. Noch vier Runden haben wir in der Aufnahme. Das heißt, wir spielen jetzt schon seit 17 Minuten. Das ist doch wunderschön. Lobby Town kann recht. Also wir müssten theoretischerweise... Wow. Nee, aber ich habe eine Aufnahmezeit. Oh, Fiji. Ich kann es aus. Ich hoffe, dem ändert sich, wenn er tot ist. Ja, weil das ist ein Hacker. Ja, das auf jeden Fall. Die hat die Mocken ganz böse Hex. Nikro, jetzt bist du gleich tot. Nikro, Nikro. Ich bin schon wieder RDM. Was? Oh, ich habe den Gerd-Blog gefunden. Na komm schon, du Gauner. Also da werde ich jetzt kein Traitor. Bist du auch gestorben? Ja, ich habe mich selber geprobt. Ich mich auch. Hä? Es geht. So, alle zum Traitor-Testamenten. Ja, Mann. Traitor-Tester. Aber nur ein einziger hier rein. Der Rest wird abgeschossen. Traitor hat das manipulieren, ne? Ach, ne geil. Na und? Schnell mach, bevor ein Traitor kommt. Schnell. Aha, du hast uns manipuliert. Genau, ich habe es bei mir selber manipuliert. Wann geht das auf? Irgendwie sind die M4. Alter, das habe ich toll. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, eins. Mach dir die Scheiße auf. Geht nicht. Baba. Ich bin Pufen. Ja, erst Pufen. Raus, Drachen-Eis. Raus, Drachen-Eis. Sonst schieße ich. Ich kann... Das geht nicht. Alter. Ich habe dich nicht bekommen. Nicht. Ja, genau. Ja, genau. Nico. Was ist das? Was ist das? Baba, ein Pufen ist recht gut. Steht hier neben mir. Ich sage es euch. Ich denke, es ist Pufen. Nimm den Orbital-Nacer, weil wir haben das Ziel dorthin. Musst du dich auch ändern. Ein Diskambulator. Bestes Schama. 999. Baba. Last but now. Leute, da ist der andere gestorben. Danke für die Shop dann. So. Danke. Da kann man sich selber vorstellen. Ich bin Traitor. Ich bin zweimal Traitor. Ich liebe dich auch, Schatz. Alle zum Traitor-Tester. Nee, ich gehe da nicht immer rein. Ich auch nicht. Ich wollte auch nicht. Ich habe ihn ja nicht mal. Ja, Nico wird jetzt... Ja, komm, Labiton. Komm, Traitor-Tester. Hast du dir den Goldblock? Ja. Wer hochkommt, töte ich. Wenn du den nicht hast, dann brauchen wir auch nicht reingehen. Wo ist denn das Ding? Sie schmeißen eine Infanterie hoch. Sie? So. Ich töte dich, Nico. Nico, zieh dich. Ich springe auf dich. Wenn ich tu bin, ist immer noch Nico. Auch. Das ist ja mal so nice, ich mach einfach den Objekt schlag, spring vom Turm und der läuft rein. Ich hab wieder 1000 Karma, ich bin wieder gut. Ich auch. Nico hat das Schreckeste. Ne, ich hab das Schreckeste. Ja und Dracheneis hat auch 1000. Ne? Lass uns das töten von der Indie. Nein! Oh Gott, das ist jetzt... Loll. Digga, verpiss dich. Verpisst du dich doch. Und doch den nächsten hinterher, komm schon. Ach, Verkrieg. Er flog daneben. Kriegst du nicht hin? Doch, muss ja. Dann bringst du jemanden in Erinnerung. Oh Traitor, ich darf wieder Traitor sein. Was Traitor zu sein? Ich schieße dich. Eben, der immer nicht gestorben bin. Oh, das war ne Indie. Nein, das war kein Indie. Ich darf dich anhütten. Nein, darfst nicht. Ich töd dich. Ich töd dich. Ich töd dich. Ich töd dich. Simon war bei mir. Okay, Drachen da ist. Der ist auf dem Turm. Simon ist tot. Ich möchte jetzt mal diesen Goldblock machen. Und ich springe natürlich erst mal runter, ne? Ich wusste, dass es Dracheneis war. Ah. Dann guck. Nic. Und warum hast du da nicht geschossen? Ich wusste noch nicht. Du hast ja gerade gesagt. Nein, ich wusste es noch nicht. Ich wusste es noch nicht. Nein, ich hab mir in Erinnerung. Ich hab eher später ein Mikro gesehen, dass er hier war. Das Mikro kommt für auch keine Leichen. Äh, als Schreckler. Das macht also auch nötig schon wieder hier unten. Auch als Schreckler. Auch wenn ich auch Schreckler bin. Ich stecke es. Weil es los geht auf. Ich brenne. Ich werde es nicht mehr. Ich hab 82 HP. Oh, ich hab hier 32. Nicro mag ich das wissen. Oh. Nicro hat dich gekämpft. Preparing. Fuck my dick. Oh, ich swam binden im Turm. Was denn das denn? Ich dachte, ich wäre rausgefroren. Dann bist du es. Hahaha. Au. Du bist doch hier der Turm-Camper. Ja, Nicro. Dracheneis. Entweder ist es Dramatis. Entweder ist es Dramatis. Entweder ist es Baba. Es ist Baba. Warum ich? Weil du in meinem Leben bist. Ich bin nicht in einer Nähe. Jetzt nicht mehr. Wenn ich tot bin ist es Labyton. Ich bin ganz unten. labytonn bitte. Dankeschön. Ich habe einen Goldblock gefunden. Ich sehe nur nichts. Oh! Ich muss oben mal kurz jemand identifizieren. Ich muss gar nichts. Aber du Camper. Camper, ja. Was wollen wir denn nehmen? Nehmen wir den Rooftops. Das ist ein Rooftops. So, dann danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und dann eventuell ein bisschen mehr Skill seht, als jetzt zum Beispiel. Und ja, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Labiton X.